In Deutschland herrscht Schulpflicht. Deswegen haben Sie lesen gelernt. Was Ihnen die Schule allerdings nicht beigebracht hat, ist, ist so schnell zu lesen wie ein geölter Blitz. Deswegen hält sich die tägliche Lektüre von Zeitungen, Zeitschriften, aber auch Fachlektüre, E-Mails, Aufsätzen und anderen wichtigen Lesestoff unnötig lange auf. Wollen Sie Ihr Lesetempo mindestens verdoppeln? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Schnelllesekurs Speedlaser. Sie werden es damit in kürzester Zeit schaffen, Ihr Lesetempo, um heute noch unglaubliche Werte zu steigern. Eine Verdopplung kann ich Ihnen garantieren. Viele meiner Kunden schaffen sogar, ihre Lesegeschwindigkeit um das 3- bis 4- oder 5-fache zu steigern. Wobei sogar dieser Spitzenwert noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auch auf www.erfolgsunline.de Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher